Hallo Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knacker aus dem rostigen Städtchen Erlenkbach im Wienerwald. Am 30.01.2012 waren wir schon mal hier bei dem schönen alten Haus in der Puttengasse bei St. Pölten. Heute sind wir zurück und es hat sich viel getan. Das alte Haus hat ein Gerüst, viel Umkraut und danebenan gleich ein paar Neubauten. Das wollte ich euch zeigen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.